jo leute und damit willkommen zu live in the woods mit dem flash mit zettos hallo wieder neues projekt von uns wobei wir noch nicht fertig sind eigentlich hatte ich war noch nie fertig so jetzt müssen wir uns hier checken erst mal hier wird wird bei der wotten immer wird man generell gucken so gut so gut so muss noch mal kurz ein bisschen runterstellen was denn die fps mal so renne dass die blätter hier die geilen blätter die weil natürlich gleich den heil schäder genommen hat natürlich doch gleich die wacht bein stellen wir bleiben oder nicht erst mal woanders hin gehen erst mal gucken will nicht so weit gehen eigentlich wegen spawn spawn kann ich da umsetzen noch nicht aber ich will das ein schönes kalender einfach da wo wir ein bisschen mehr freie fläche haben sonst so noch nennen wir krabi die geplättet das zeuchel ja live in the woods normale mudpack wo nur einmal hin zu geschützt wurde ja das das ist immer so ein bisschen dass das leckt jetzt mal gucken sieht sieht es mitnehmen so wenn man welche findet unterwegs einfach mal alles mitnehmen bis jetzt habe ich nur blut da hinten haben wir schon mal bambus ich hab da ein chunk der fehlt aber irgendwie krieg ich keine ziel doch und das war mein po ja das leckt und du bist direkt vor mir lang gelaufen dann mit einmal hallo ich auch keines sieht es irgendwie ist es gemein aber jetzt regnet es auch noch ehrlich super ich habe hunger ja nicht nur du ich bin weiter gerade ausgelaufen nasenbär drin wollen wir diese fläche hier nehmen oder was ja würde ich sagen haben wir im wald ganz gut gerade das sieht aus die dschungel haben wir da so ein riesen biome ok kann man dice raus machen super äh das ist meine chesting pfeffer ne alles blum 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 toll du brauchst unbedingt was zu essen was richtiges hui achievement aah wir haben lange kein modpack mehr gemacht ohne hier ähm technik ne ne aber gut bildkraft bisse bisse technik du ja das bisschen aber ich mein so generell jetzt ja generell ne wir gucken wir können mal was zu essen suchen ja aber du weißt das ne mit dem essen dass man in dem pack mehr verschiedenes essen muss ja dass das auch wirklich wirkt aber wir haben wenn wir genug haben dann passt das ja warte erstmal schnell in den spitzhacker übrigens habe ich so eingestellt dass generell der spawnpunkt gebaut werden kann dass es nicht diesen schutz gibt der dafür ist ouch ich hab grad frisch schaden bekommen wegen irgendwas wo ich raufgetreten bin das laune so meinen kritik ok huchhunger ich fack bestimmt weil ich so stark hunger habe daring steht ja oben in der ecke oben rechts ähm m ist ein buchstabe m ist ein buchstabe m ist ein buchstabe ähm ach du hast auch gerade hier gefunden oh slownis da ruhig nur so so ich habe mir erstmal nur drei steine genommen dass ich gleich ein steinwerkzeug machen kann ja aber kann man mit dem einen cobblestone auch was machen äh das ist selbst so ein cobblestone mit dem kannst du auch werkzeuge machen ja alter ich bin doch gar nicht langsam oder so es ist gut dass ich mir ein bisschen kronk angeguckt habe scheiße so Mensch mach ich die weg die brauche ich nicht tschüss war der regen ne hm äh äh das ist ein bisschen lauter boah nervig mach ein bisschen lauter einstellen die sachen oh hast kohle gefunden gehabt mhm boah das geleckt gerade hat der regen aufgehört ne noch nicht aber bestimmt gleich time to strike ich habe jetzt erstmal was zu essen ja wäre nötig ne so ein bisschen bisschen wäre so ein bisschen nötig ich habe jetzt slownis, weakness, fatigue ja das ist so schlimm ähm zack 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 äh man baut auch nicht so schnell ab ne überhaupt nicht hallo ich habe immer so kleine frame anbrüche zwischendurch und stop kann man die machen hm er ist nach oben schieben dann sehe ich das ob ich noch ein paar frame anbrüche kriege das kann auch im shader liegen bei mir vielleicht sollte ich mal ne version niedrig annehmen das 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 gib mir doch bitte nen apfel oder so ich ja ich werde mir den platz ja merken können ich komm gleich wieder ich habe schafe gesehen gehabt ja oh super ich sehe den punkt wo du gestorben bist siehst du den auch mhm warte mal ich schalte mal erstmal shader bei mir aus das leckt mir zu sehr oh viel besser nein so geht's an schnell zurück die sache hm wo bin ich denn jetzt gestorben nur weil ich kein essen mehr hatte ja also weil ich keinen hunger weil ich kein essen mehr hatte habe ich keinen letzten fall und bin einfach verhungert toll ja genau warum bin ich jetzt vergiftet weil du irgendwo raufgetreten bist bestimmt auch gift hier vorher oder so ne schitte ähm koordinaten sind ach die finde ich schon hä die finde ich schon achso ich habe nicht so eine irritierung sehen wie du diese backfisch wo bist'n wo bist'n gestorben äh weiter weiter nach oben hin ich weiß noch warum da wo ein bisschen sumpf mäßig ist mhm ich hab jetzt wieder nur zwei honorer kohlen ein schafe sind halb auf dem weg ich sehe mein beam ja ich sehe ein beam siehst du mhm nur von hinten hast du nicht gesehen weißt du spawn die frage löscht er sich wenn man da in der nähe ist oder so ich weiß das nicht äh ungefähr 840 980 da bist du du hast deinen kopfstein äh es wird dunkel also ich bin auch gleich tot wir sind jetzt schlimmer als krank dass wir gleich gesteckt das ding nicht kaputt nicht mehr die spitzsacke nein schmeiß noch schnell deine runter oder schmeiß in der kiste ich hab keine spitzsacke mit wenn du eh gleich stirbst gib mir egal wer hier schon schwert das andere warum sterben wir denn ich hab jetzt auch nur wieder zwei hungerquellen ja weil er nicht ganz auflädt wieder deswegen okay ich weiß wie es funktioniert mit rechtsklick ach mit rechtsklick öffnest du das ding oder wie oh halt zombie ja ah ja mit rechtsklick monster hunter kann ich gehirn lassen wenn sich anders hilft ja wissen wir mal sich hilft oder wenn es hilft ist okay einfach reinphasen ja ja einfach futtern irgendwas pack deine wieder in die kiste rein ja ich bin eh grad auf futtersuche ich sterb wieder schön jetzt füllt sich oben diese komische pixelleiste auf mhm pam weil mir kann es dauern bis ich sterbe warum weil ich immer noch ein bisschen essen finde was isst du denn die ganze zeit ein bisschen rumlaufen hier hier ist ein Pär oder eher gesagt Pären ich habe jetzt dreimal fleisch ich habe jetzt dreimal fleisch ja schon vor dem anfang ja am besten mitnehmen das kann ich absorben ich habe auch immer so ein bisschen grad mit was ich hier finde sterb hinchen sterb ich habe zwei schicken drei böhren und irgendwo höre ich noch nun ähm warte mal schicken oder aus den böhren kann man da irgendwas machen das war u ok ok das ist noch schwer food weight ok string und drei bären ja vielleicht string von angeln nutzen ja zombie klopf klopf ja ich habe nicht ja gesagt warte mal ganz kurz Spine geh weg scheiß Spine leck geht weg von mir einfach dieses rein scheiß Spine hast du sogar knochen gebrochen dann ja hast du auch toll mich spiel hat aber spiel hast mich schon du stirbst doch nicht ich ja ich sag deswegen hast mich das spiel ja ich hatte fleisch mit ja oh und jetzt kann man das skelett da waren auch schafe irgendwo die brauchen unbedingt betten auch da bist du gestorben ja da hinten auch irgendwo nochmal ja ich tu das essen lieber erst mal in die Kisten rein obwohl das Fleisch kann man beraten ja der scheiß Spawnpunkt ist aber für zu bescheiden ja ich glaube ich setz den Spawnpunkt gleich mal um gleich brauchst du nicht kannst du aber beim nächsten Mal ne kannst du beim nächsten Mal äh war das so dead ach da war Threads Spawn so hab den umgesetzt na 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 oh die beiden spinnen schon wieder geht weg aua 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 ne er hat mich grad gefragt ob ich ihn mit download grenzt habe aber ich aber nicht so hingestellt ich bin auf dem Grab gestorben mhm hi Spinni du wirst sie nicht aggressiv so so schnell das Hühnchen da ist noch was reingeschnitten ich hab da sechs Paar Fleisch reingepfeffert mhm ich frage lehnt sich kann man das Grab jetzt kann man den Grab jetzt eigentlich abbauen den Grabstein so hallo darf die Spinne erst machen ok so kann man dann abbauen wenn er leer ist kann man abbauen ok ah hallo ich komm äh ah ein creeper 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 mhm könnt doch mir guck's creeper 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 bomb ich hab das gar nicht mitbekommen aber so extrem ist der Schaden gar nicht aber die Löcher ja so wo sind die Spinnen komm mal her danke zwei Seile da eine Angel da muss man noch eine Größe noch eine Kiste ran bauen so äh äh oh ja toll leck mich hm hm hab ich ja auch noch falsch hingesetzt eben so Sticks ich hab ne Angel da reingetan öh 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 öh